Nordherstädt ist eine Gemeinde im Kreis Littmarschen in Schleswig-Holstein. Geografie Die Gemeinde liegt zentral im Kreis. Nächstgelegene Stadt ist Heide. Die Gemeinde liegt in der Heideitze-Hörgist und ist somit hügelig geprägt. Der tiefste Punkt liegt in den Moorgebieten mit 0,2 m über NN, der höchste bei 67 m über NN. Der Ortsteil viel beherbergt das Naturschutzgebiet vieler Moor. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile viel Osterwold und Westerwold sowie die Siedlungen Lübschen, Nordherstädter, Feld und Riese. Sie liegt am Rand des Riese-Wolds, des größten Dithmarscher Waldes. In Westerwold war bis 1840 eine Ziegelei in Betrieb. Nachbargemeinden sind im Urzeigersinn im Nordwesten beginnt die Stadt Heide und die Gemeinden Gaushorn, Schrumm, Akebeck, Oderrade und Saatzbüttel. Die Stadt Meldorf sowie die Gemeinde Hemmingstedt-Geschichte. Nordherstädt wird zuerst 1140 als Herstede erwähnt, 1168 in einer anderen Quelle. 1281 existiert das Kirchspiel Herstede. In einem Verzeichnis der Propstei Hamburg vom Jahr 1347 wird die Kirche in Nordherstädt unter dem Namen Rieferstede erwähnt. Im Jahr 1506 wurde Nordherstädt von der Pest schwer heimgesucht. In Nordherstädt-Westerwold gab es eine Pulvermühle bis 1578, danach Wassermühle, die Katharinekirche, deren Ursprünge im 14. Jahrhundert liegt. Ist ebenso denkmalgeschützt, wie das älteste erhaltene Wohnhaus aus dem Jahr 1812. Alte Knickhafen in Osterwold sind als Naturdenkmale ausgezeichnet. Die Gemeinde wurde mehrmals beim Wettbewerb »Unser Dorf soll schöner werden« prämiert. Am 1. April 1934 wurde die Kirchspiel-Landgemeinde Nordherstädt aufgelöst. Alle ihre Dorfschaften, Dorfgemeinden und Bauerschaften wurden zu selbstständigen Gemeinden, Landgemeinden, so auch ihr Hauptort Nordherstädt. Belegte historische Einwohnerzahlen Am 1. Januar 1974 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde viel eingemeindet. Politik Von den 19 Sitzen in der Gemeindevertretung hat die CDU seit der Kommunalwahl 2013 neun Sitze. Die SPD 4 und die Wählergemeinschaften BfN und UWN haben je drei Sitze, Lasonierung, Kultur und Bildung. In der Gemeinde gibt es eine Grundschule, die Maria-Jessen-Schule, unterstützt durch einen privaten Förderverein und zwei Kindergärten, den e.V. Katharinen-Kindergarten und einen Waldkindergarten. Der Ort verfügt im Gemeindezentrum Ole Schriwery über eine eigene Volkshochschule mit Bücherei. Dort finden zahlreiche Kunst- und Musikveranstaltungen sowie Vortragsveranstaltungen statt. Gleich daneben, mitten im Ortskern, Hinweise auf den Waldleerpfad am Freibad. Die Gemeinde Nordherstädt betreibt ein solarbeheiztes Freibad als öffentliche Einrichtung. Unterstützt durch den privaten Förderverein Waldschwimmbad, Nordherstädt hat schöne Wanderwege. Rund um Nordherstädt liegt das größte, geschlossenes Waldgebiet des Kreises Littmarschen, teilweise Naturschutzgebiet. Sieben ausgewiesene Wanderwege mit 25 km Wanderstrecke machen Nordherstädt attraktiv für Einwohner und Touristen. In der Liste der Kulturdenkmale in Nordherstädt stehen die in der Denkmalliste des Landes Schleswig-Holstein eingetragenen Kulturdenkmale. Regelmäßige Veranstaltungen Das in Nordherstädt gefeierte Frunsbär geht auf eine Sage aus dem 16. Jahrhundert zurück. Eine im Riese-Wult-Hausende und vagabundierende Räuberbande soll damals nur durch die tatkräftige Mithilfe von Maria Jessen und den Nordherstädter, Frauen mit Hilfe von Küchengeräten und kochendem Brei zurückgeschlagen, überwältigt und teilweise im Riese-Wult aufgeknüpft worden sein. Dieses Ereignis wird alle drei Jahre geehrt. Das Fest beginnt mit einem Freilichtspiel, in dem die historische Szene in Originaltracht nachgestellt wird. Es folgt ein Festumzug durch den mit Eichenlaub geschmückten Ort und eine abschließende abendliche Tanzveranstaltung. Im Festzelt hängt unter der Decke ein Pantoffel zum Zeichen, dass an diesem Abend die Frauen das Regiment haben. Es ist keinem Mann an diesem Abend erlaubt, einen Tanz auszuschlagen, zu dem er von einer Frau aufgefordert wird. Betreuung von Menschen mit Behinderung In Nordherstädt sind zwei Wohneinrichtungen ansässig, die umfassende Begleitung und Betreuung für mehrfachbehinderte Hörsegeschädigte bzw. Taubblinde Erwachsene anbieten. Träger dieser Einrichtungen ist die Herbert Feuchte Stiftungsverbund GGMBH. Die Ausstattung des Nordherstädter Bahnhofes mit Taststeinen trägt dazu bei alltägliche Barrieren für Menschen mit Behinderung abzubauen. Weihnachtsmarkt Der Nordherstädter Weihnachtsmarkt findet seit 2014 jeden zweiten Advent in der großen Mehrzweckhalle statt. Verkehr Nordherstädt liegt an der von der Nordbahn-Eisenbahngesellschaft betriebenen Eisenbahnstrecke Büsum-Heide-Neumünster mit Halt alle zwei Stunden in beiden Richtungen. Regelmäßigen Busverkehr gibt es nach Albersdorf, Heide, Melldorf und Neumünster. Persönlichkeiten Mit Nordherstädt verbunden Hans Kummerfeld, Schmiedemeister und Politiker Friedrich Wiese, General der Infanterie in der Wehrmacht Bilder Punkt, 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 Punkt